Ja! Äh? Hatten wir doch schon! Noi. Ouh! Singen? Safe singen, Alter! Ha-ha! Höh? Tatsache, what the fuck? Was? Alter, jetzt kommt die Musical-Folge. Jetzt kommt die Musical-Folge, Alter, Attacke. Ey, ich will gar nicht, dass ihr das Spiel aufhört, Mann. Ist ja voll gar nicht einfach eins gehen, was immer so. Hahahaha! So kleine Coop-Dinge ausmallert. Was ist denn geschehen? Die arbeiten ja schon wieder an einem neuen Spiel, ist ja schon bestätigt, aber das weiß noch keiner, worum es da geht. Nice, perfekt. Kommen wir jetzt ins Tonstudio zur Cassie, oder was? Oha, wirklich, ey. Oha! Ist das eine Karaoke-Box, oder was? Ha! Daddy! Oh, du, Baby! Oh! Welcome to the concert hall! Mate, it's time to sing! Hahahaha! Schöne Stimme, Junge! Ja, Mann, du rockst die Bühne, Junge! Show me what you got! Das ist für uns, das ist ein Stage, Mann! Hm. Mikrophones. Doch! Wow! Yes, you will! Hahaha! Ich setze die ganze Zeit einfach unter Druck. Oh! Oh, Leute! Du bist Ariel, Alter! Alter! Alter, wie geil! Oh! Was hab' ich? Ich bin das Instrument, oder was? Äh? Alter! Du bist das Becken. Ist das jetzt einfach mein Schild, oder was ist das? Toll, ich dachte, ich wär' nützlich. Ich dachte, ich dürfte... Ich dachte, wir machen jetzt hier so wirklich ne Band, oder so, ey. Let's prep the stage! LOL! Was kann ich jetzt damit machen? Ich kann ziehen. Woah! Was war da? Hahaha! Bah! 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 Ich bin... Ich bin einfach wirklich Captain... LOL! Ich bin Captain America, Alter! Ich bin wirklich Captain America, Alter! Alter, ich bin... Ich bin wirklich Captain America, Alter! Vor allem, die sagt die ganze Zeit was. I. Can. Sing. Nee. Weiß ich gar nicht. Nein, die sagt irgendwas. Irgendwas sagt sie immer die ganze Zeit dabei. Was was denn? Oh! 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 Woo! Alter, das ist ne Karrierabahn! Let's go! Woo! Just like how I remember! So geil, Mann! Geil! Alter, das ist ne... Oh! Spielzeugautos, das ist ein Spiel! Jawohl! Spiel! Wer gewinnt Spielzeugautos, Leute? Wer gewinnt Spielzeugautos? Topsi, möchtest du machen oder soll ich machen? Ist egal! Ich bin da wirklich Captain America einfach! Okay, danke Tofi! Hui! 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 Ist so nice, Mann! Backstage, Alter! Ich hab richtig Bock! Ich glaub aber, das ist das letzte Level, oder? Ich weiß nicht, aber es ist die letzte Seite auf jeden Fall, ja! Ja, die letzte Seite, ja! Gute Nacht hier zusammen! Gute Nacht an alle schlafen gehen, Leute! Hau rein! Bah! 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 Ich hoffe, sie singt auch noch richtig, ey! Safe! Am Ende, wenn sie ihre Stimme wieder findet, bestimmt! Ah, wie schön das hier auch aussieht, mit den Lichterketten und so! Raumpfänger da oben! Ich mein, zum Schluss, meine Passion war ja der Garten, der ist ja auch wieder schön geworden dann, ne? Genau! Ich frag mich, wie hier denn ein Gegner aus, der Endgegner! Das ist nicht die Frage, ja! Pflanze und Garten liegen nahe, aber wie wird das sein, ey? Das Mikrofon! Oder wir machen am Ende einfach so ein dickes Konzert! Ist wirklich, das wär halt geil, wo alle da sind, Mann! Alle, die wir bisher getroffen haben, mit den Fröschen und so! Ja, oh ja! Fanti! Okay, let's go! Ey, ich seh's schon kommen! Bestimmt dann, äh, die Eichhörnchen und Wespen, die heulen so in den Armen zusammen, also! Ja! Alle haben sich vertragen! Okay, let's go! Wie machen wir das? Schließe drei Runden ab, um das Rennen zu gewinnen! Ach, ja, man darf halt, okay! Oh, okay! Nicht überbeschleunigen wahrscheinlich, sonst fliegst du aus der Runde, ne? Aus der Kurve! Boah, welches ist denn welches? Ich bin grün! Ich seh da nicht mal einen Unterschied! Achso, ich bin blau, okay! Fuck! Alter, what the fuck, Alter! Man kann hier sogar richtig aufholen, ey! Oh, fuck! No! Ja! Nein! Nein! Nein, du Asche! Da wollte ich zu viel! Geht's hier auch nen Turbo-Knopf? Yes! Nein, was?! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Das kann... Warte mal, das muss ein Foto-Finish werden! Ich schwör, ich war vor dir! Foto-Finish? Safe! Safe nicht! Hä? Safe nicht! Also bei mir war das nicht knapp! Lol! War das Ping jetzt, oder wie? Ich weiß es nicht! Also bei mir war das jetzt nicht unbedingt knapp! Oh, fuck! No! Nein! Nein! Diese zweite ist für dich... Wuuuh! 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 Alter! Alter! Das ist so intens! Wuuuh! 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 Nein! Wuuuh! Nein! Wuuuh! Nein! Again! W Boo! Ey, das gibt's doch nicht. Jetzt dreh' ich voll dich frei hier. Ja, jetzt ist komplett vorbei. Ja! Let's go! Let's go! Scheiße! Oh mein Gott, meine Hände schwitzen eben fucking Carrera. Oha, ey. Komm ich hier weg? Ich komm nicht mehr weg. Du musst abbrechen drücken. Okay. Nee, ich muss ins... Alter, nice. Ey, das ist... Ich liebe dieses Spiel. Diese paar Spiele, das ist so gut. Es passt halt auch voll da rein, Mann. Es ist nicht einfach so, dass es einfach so rein platziert... Was ist das denn hier? Es fühlt sich alles... Es ist so ne... Ja. Useless Boxen. Loi. Diese useless Boxen. Ich werd dich fertig machen, Junge! Wenn man eine Langeweile hat, die hab ich tatsächlich schon mal... schon mal wirklich benutzt, ey. Ich auch. Alter, da oben so ein Fisch. Oh. Jedermal hatte damals... Hier, warte. Ach, lol! Der sinkt bestimmt jetzt. Der macht ja gar nicht den Mund auf. Warte. Oder? Doch jetzt! Du dumm. Warte mal, kann man das anmachen? Äh, Leno, könntest du mal kurz... Wo bist du? Wo bist du? Ähm. Ach du. Oh Gott. Oh Gott. Oh lol, ich bin einfach reingejumped. Oh, warte mal, wie schwer bist du? Oh ja. 118. Wow! 152 Gramm, schätz' ich. Tonnen. Ganz klar Tonnen. Hey. So nice. Kann man da oben... Da oben kann man... Ne, da kann man nicht weiter... Da müssen wir gleich da... Ne, ich glaub, das wird noch nix. Okay. Ja, aber das... Das hab' ich... Das hab' ich mir schon gedacht, ey, dass ich da verliere. Okay, Alter. Ready to rock oder weiter? Ja. Ich hab' so richtig Bock auf Musik gerade, man... Bei dem Ding hier. Ich hoffe, da kommt jetzt irgendwas. Ich bin auch echt gespannt. Oha! Das sieht gut aus. Ist wirklich Cassie gleich einfach. Oha! Oha, mega leck. Was? Hä? Wie wollen die das denn? Hä? Wo... Wo soll das denn? Im... Im Baum? Im... Im Dachboden? Hm. Na klar. Die Musik übelgeil. Sieht so nice aus, Mann. Alter, guck mal, die Nockenschrauben sogar. Ja, Mann, der hängt bei mir an der Wand, Alter. Bringt gar nix. Ja, das stimmt. Okay, die Home-Akustik, ey. Komm ich denn da... Huh. Ich bin mal gespannt, wann wir unsere Kräfte einsetzen müssen. Ah. Jetzt. Aber... Hä? Du musst gedrückt halten, oder? Oder schneller, ich weiß es nicht. Oh, lol! Ah, warte mal, warte mal, stopp, stopp, stopp. Nice. Voll geil, Mann. Kann man da rüber? Da kann man glaube ich nicht rüber, ne? Schade. Ich komme. Alter, die Schallplatten hier und so. Demo-Tapes hier, ey. Demo-Remix. Demo-Finals, Alter. Loool. Alter, es ist so gut. Es passt halt auch zu... Oh, hohoho. Oh-hoho. Lol. Alter. Es... Nein! Nein, 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 hör nicht auf. Du Arschloch. Nein, das ist die gelbe Leiste. Achso, stimmt, stimmt. Ich muss es schnell machen. Die müssen wir, wir müssen uns rein, sogar. Es klingt richtig nice. Dings, wie heißt es denn noch jetzt? Jetzt kommt nicht drauf. Unsere, unsere Koop-Spiele da. Was? Was wir auch gespielt haben, Little Hope und so. Da hat das Intro einfach. Achso, das meinst du, hier stimmt, ey. Man, auf mir da ein Little Hope. Ja, stimmt, Little Hope, ey. Alter, die Schuhbox, Junge, da ist sie. Da ist sie, Junge. Wir sind bei Kevin einfach am Dachboden. Kommt, Lendo, reingestürmt. Happy Birthday. Deins Mikrofon singen. Also. Da passiert ja gar nichts. Okay, ich muss einen Impuls raus. Boah, Alter. Ja, haben wir hier auch kein Spiel verpasst? Okay. Müssen da immer drauf achten. Alter, Junge. Alter, mit der Gitarre da und so. So nice. Alter, der Bass. Da hängen sie. Vom Dieter Bohlen. Die Olden. Hammer geil. Hammer geil. Ich bin ready, Junge. Ich bin ready. Boom. Ui. Ups. Ich komme einfach mit. Äh, was ist das? Äh. Oh. Ich hab's. Bam, Junge. Ey. LoL. Ist das auf YouTube? Ja, ne? Ja, mach eine rein. Geil. Ich vergesst, wir haben es in unserem Addy. Du denkst, es funktioniert? Was? Ah, da müssen alle rein. Ich hoffe, wir können es gehen. Es ist so geil, Mann, Junge. Braucht deine auch so Spielmünzen? Nee, ne? Nee, nee, nee. Oh, oh, zusammen. Und rein, Junge. Sind wir jetzt drin? Alter, die Mucke. Äh, ist so geil. Äh, ist so nice, Mann. Racks of Temptation, Junge. Temptation Island, Junge. Oh, yeah, Baby. I'm feeling hot. Ich bin feeling... Feeling hot. Oh, yeah, Baby. Yeah, Baby. Oh, Baby, Baby. I'm feeling so hot right now. Please let me sing a game. Sing a game. Sing a game. I'm feeling so hot. So hot right now. It's slow, Baby, Baby, please. Baby, please. Oh, Baby, please. I'm feeling so hot, please. So hot right now. Oh, yeah. Feeling so hot. Oh, ähm. Was? Was ist jetzt? Loll! Warte, 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 warte. Ach, wie geil ist das denn? Warte mal, warte mal. Muss ich das kaputt machen vielleicht? Mama? Ja. Tatsache. Warte, 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 warte. Wir machen die einfach kaputt, ey. Die arme Box, Mann. Boah, das ist weg, Junge. Was passiert da gerade im Indern, ey? Im Indern, was? Im Blinkdarm. Was passiert im Blinkdarm, Leute? Okay, okay. Ich bin dabei, ich bin dabei. Warte, 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 warte. Ich brauche eine warme Milch für meine Stimmbänder. I'm feeling so hot. Oh, oh, ich drehe ihn auf, Junge. Das passiert bei mir. So passiert das bei meinem Sound in meinem Windows-System, wenn es sich updatet. Okay. Attacke, Junge. Lautstärke, Baby. Oh. Ah, okay, warte mal. Warte, 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 warte. Ich muss das erst davor stehen. Und dann muss ich es hochdrehen. I'm feeling so hot. I'm feeling so hot right now. Let's go to the radio now. I'm feeling so hot. Alle, wo wir zu einer Locati haben, alle die reinraden hier. Wuh. Okay, natürlich, viel, 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 danke an dich. Nice. Was kommt jetzt? Geht ja hier, Junge, let's go. Gut, nach dir lieben, wir verdrücken uns mal jetzt. Welche, viel Spaß und noch Delta-Hasi, haut rein. Delta-Herr-Herr-Herr-Hasi-Frau-Hasi. Ciao. Äh. Ja, sicher. Nice. Du kannst bestimmt abwehren mit deinem Schild. Ja, bestimmt. Die strahlen. Nee, ich kann, ich weiß nicht. Oh, doch. Könnte sein. Ja, man. Geil. Sehr geil. Ey, das ist so nice, Alter. Was ist das denn? Holy shit. Was geht denn hier? Ja, das ist irgendwie... Oh, das ist... Oh! Oh, du musst mich gleich... Du musst mich gleich fahren, Alter. Um Gottes Willen. Aber wie kriegst du mich da raus? Mario-Style. Stell ich mal einfach drauf, vielleicht passiert das dann irgendwie? Oh, ja. Oh, oh, ja. Okay. Okay, du musst mir die Farben sagen. Holy shit. Okay, Geld. Geld. Warte mal, hä? Hä? Aber das war die falsche Richtung. B. Okay. Ja, genau. Okay, B. Nee, warte mal. Nee, D muss ich, glaube ich, das machen. D oder was? Ja, weil das ist ja voll verwirrend. Okay, D. Okay, D. Nee, warte mal. Stopp, stopp, stopp. Nicht, nicht, nicht. Mach A. Ist das A, ja. Nochmal. Okay, äh, D. A. Und D. D. Wo bin ich? A, noch. D. Weiter, 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 jawohl. Okay, C. Okay, B. Dann noch C. Nochmal. Und jetzt B. Äh, D. D, 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 D. Jawohl. Nice. Sauber, Alter. Das Game muss das Spiel des Jahres werden. Ja, das ist so. 100% das beste Probspiel ever bisher. Weil es einfach jedes Spiel beinhaltet, was es gibt. Okay, was muss ich tun? What the way? Oh, ich schneide mal durch. Oh, Schnibbel. Hopp, hopp. Ach du Scheiße. Ach du Heiger. Was ist los? Haben wir eh was übersehen hier? Ich glaube nicht, ne? Ja, das sieht irgendwie so aus, ne? Ich glaube nicht. Aber irgendwie auch nicht. Es wird so hier irgendwie ein geiles musikalisches Game geben. Als Paar, als Paar-Spiel oder so. Eigentlich hätten sie dieses, was wir in der Burg hatten. Dieses mit dem... Ja, eigentlich schon, ey. Vögel da reinbannern müssen. Oh, mach ruhig. Ich dachte nicht, ich dachte, wir würden eh was rascheln oder so. Huh. Ich fasse mal nicht wie hier. Oh. 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 Hier können wir bestimmt... Alter. Ja, Mann, geil. Alter, let's go. Geil, Mann. Ist das nice. Jürgen, das ist doch der übelste Shit einfach. Dach. Hä? Was ist das denn da? Lol. Alter, das klingt so nice. Ja, okay. Wart rein. Oh, da unten ist was? Ja, voll, das war die Kick-Drum, Alter. Lol. Seven Nation Army. Alter, das ist ein Keyboard, Junge. Warte, warte. Warte. Wir sagen mal, train of things, Junge. Ja, exakt. Jede Taste ist einfach... Ey, guck mal, sogar, guck mal, guck mal, diese, diese Fing... Diese Details, Alter. Die leicht abgespielt, die im Tasten halt sind, von den Fingern und so. Ja, stimmt, in der Spiegelung, ne? True. Junge, ist so gut, Mann. So cool. Ist so nice, ist so krass. Was ist das denn hier? Oha. Sehen wir, was wir machen? Team Deck. Rein damit. Mal play da, Alter. Kannst du irgendwie den Knopf drücken? Das ist nur Eject, ne? Oh, wir müssen gleichzeitig machen. Ja. Wuh. Geht's weiter? Was? Äh. Was? Lol, das ist so geil, Mann. Ich liebe dieses Spiel. War das? Oh. Okay. Äh, nice. Not again. Huch. Herzlich willkommen auf einem Rockkonzert, Junge. Was ist das denn jetzt? Ach du Scheiße. Okay, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Alter. Ich habe gedacht, Horst, hau rein, ey. Ähm. Give me a lift. Alter, du bist jetzt der DJ. Komm rein, Junge. Ich schaue die Teller. Okay, warte. Komm, das schaffe ich. Ach du Scheiße. Oh, fuck. Okay, warte. Komm, ich komme da mit dem... Oh, nein. Oh. Sehr gut. Easy. Hä? Du musst da hoch. Ah, okay. LOL. Ich sehe einen. Was? Ah, warte mal. Ich muss schieben, glaube ich. Ah, ja. Ach, das ist... Ah, das ist der Sound. Lautstärke-mäßig. Oh. Okay, du darfst da oben nicht dran kommen. Warte, warte, warte. Oh, lol. Easy. Vorsicht, Vorsicht. Huh. Nice. Alter, was? Wie geil. Tot. Warum müssen wir mal alles kaputt machen, Alter? Was ist... Das ist nicht so, ey. Okay. Der Weg der Zerstörung. Oh, fuck. Oh, ja, nice. Das klingt einfach. Oh, yes. Recording, Alter. Bam. Wir sind live, baby. Just me and you. Yeah! What are you doing? You're not feeling it? No. Okay. We're entitled to your own opinion. Oh, ja. To wer... We are you. Bis zum nächsten Mal.